hi und herzlich willkommen zu diesem hands-on video mein name ist Lukas von bestens.de und heute möchte ich dir das motoröl moly formula super vorstellen ich möchte alle wichtigen details hier im video aufzeigen wofür du motoröl brauchst was dieses motoröl kann bzw wo die vorteile drin liegen und ich hoffe ich kann dich hier ausführlich beraten und dir bei deiner kaufentscheidung weiterhelfen hey bevor das eigentliche video anfängt möchte ich dich auf etwas kleines aufmerksam machen wir haben uns zu diesem produkt verschiedene anbieter angesehen und haben einen preisvergleich durchgeführt das heißt du hast unten in der video beschreibung den aktuell besten preis zu diesem produkt dort kannst du gerne mal drauf drücken und dir den preis mal genauer ansehen ansonsten wünsche ich dir viel spaß jetzt bei dem video lass uns ein kommentar da lass uns ein like da oder auch ein abo darüber würde ich mich freuen und jetzt viel spaß ja wofür brauchst motoröl hauptaufgabe des motoröls ist es alle beweglichen teile motor zu schmieren dadurch wird vermieden dass zu viel reibung entsteht während der motor arbeitet zu viel reibung würde zu einer geringeren leistung und wesentlich höheren temperaturen im motor führen wodurch es zu motorschäden kommen kann sowohl das motoröl als auch das frostschutzmittel im kühler stellen daher sicher dass der motor nicht überhitzt durch die geringe reibung verteilt sich die wärme gleichmäßig im gesamten motor wodurch sie leichter an die umgebungsluft abgeführt werden kann das motoröl arbeitet aber auch als reinigungsmittel es ist klebrig und nimmt metallspäne und andere partikel auf die sich sonst im motor ablagern würden auch dadurch wird die reibung von beweglichen teilen weiter verringert und es wird dafür gesorgt dass alle teile beweglich bleiben für optimale leistung einen geringeren verbrauch ist es wichtig dass es im inneren des motors zu keinen verschmutzungen kommt dafür ist das motoröl auch zuständig ein motor kann auch eine kurze zeit lang ohne öl funktionieren der benötigte kraftaufwand ist allerdings viel höher ohne öl wodurch der kraft stoffverbrauch extrem ansteigt auch der verschleiß wäre enorm und der motor wäre nach kurzer zeit defekt ohne motoröl der ölfilm schafft eine glatte oberfläche wodurch weniger kraft benötigt wird und somit auch kraftstoff gespart wird ohne das öl wäre der motor anfälliger für beschädigungen durch staub und schmutzartikel und würde viel leichter überhitzen es ist also wichtig immer darauf zu achten dass genug öl im motor ist das motoröl das du hier siehst ist das motoröl moly formula super sae 5w minus 40 motoröl in der 5 liter verpackung das hochleistungsmotoröl auf synthese technologie basis gewährleistet eine hervorragende schmierung selbst unter extremen betriebsbedingungen dank der schnellen durchölung wird der motor beim start und der warm lauffase vor verschleiß geschützt der stabile schmierfilm dient zudem als schutz des motors vor schlammablagerungen mit einem unter allen betriebsbedingungen gleichbleibenden optimalen öldruck unterstützt das formula super sae zudem das reibungslose arbeiten des motors sollte dich das motoröl hier an dieser stelle ansprechen dann schau doch mal die video beschreibung rein dort habe ich dir den aktuell besten preis zu diesem produkt verlinkt solltest du weitere fragen zu diesem motoröl haben dann stell sie doch gerne in den kommentar bereich ich bedanke mich für deine aufmerksamkeit würde mich über ein abo like oder auch kommentar freuen und wir sehen uns beim nächsten video dein lukas von westens